Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Hausflipper, dem Handwerkssimulator. Ich bin euer Basti. Ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ich denke mal, wir können jetzt hier erstmal noch ein bisschen sauber machen. Ich glaube, hier ist noch irgendwo eine Dreckstelle. Kriegen wir die Tür aber eigentlich sauber. Ich glaube, das klappt mit dem Besen nicht so wirklich. Wir können auch nicht verkaufen. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach heute mal den nächsten Auftrag an. Wir haben drei verschiedene Aufträge, wenn mich nicht alles täuscht. Diese zwei weitere Aufträge. Okay, dann können wir das auch noch machen. Wir können mal gucken. Drei haben wir zu 100 Prozent erledigt. Wir könnten jetzt hier einmal das Gartendings machen oder Amaranthrote Wände, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen das heute. Amaranthrote Wände. Bonjour. Ich würde gerne dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Ich hätte gern einen Teil der Wände in Amaranthrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, ich hätte fast vergessen. Können Sie auch die kaputten Steckdosen reparieren? Merci im Voraus. Amanda Jones. Akzeptieren wir. Das heißt also, wir dürfen heute eine Wand streichen und wir dürfen Steckdosen reparieren. Du hast einen Pinsel bekommen. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Alles klar. Wir müssen aber erst mal schauen, was wir wollen. Badezimmer müssen wir nichts machen. Alles klar. Hier müssen wir auch nichts machen. Hier müssen wir streichen mit den Farben Amaranthrote. Farbenes Abenteuer und Grau. Und repariere die Steckdosen. Okay, die Steckdosen befinden sich wahrscheinlich... Ja, da hinten. Ja, montieren. Okay, ähm, was? Müssen wir jetzt hier eigentlich reparieren. Wir schrauben die jetzt auf. Achso, okay. Und dann schließen wir die an. Okay, gut. So, die Schraube kommt rein. Die Schraube kommt rein. Die Abdeckung kommt drauf. Die Schraube in der Mitte. Und dann haben wir eine Steckdose schon repariert. Wir müssen natürlich die Möbel wieder richtig hinstellen. Und ich denke mal, die andere Steckdose ist da hinten. Okay. So, dann muss die auch wieder auseinandergeschraubt werden. Einmal die drei Stecker hier rein. Das geht eigentlich relativ leicht. Die Musik ist entspannt, ruhig. So und so und so. Und dann haben wir auch die Steckdose. So, komm, bleib noch ein Stückchen nach vorne. So und der Kühlschrank muss natürlich auch wieder an seine Position hier hinten. So. Okay und hier sollen wir also streichen. Ich kann nochmal auf mein Tablet gucken. So, dann würde ich sagen, wir kaufen jetzt einmal eine Dose und wir brauchen noch das Grau. Wir könnten sogar Large kaufen. Okay, dann kaufen wir jetzt die große Packung. Und wir können sogar verkaufen. Sehr gut. Okay, also sie möchte mit Rot und... Ähm... Warte mal. Ich würde sagen, da wo die... Da wo die Küche ist, werden wir dieses Rot vor... Ähm... Fortmalen und der Rest wird dann halt grau gemacht. Okay. Mal sehen, ob wir hier noch komplett durchkommen. So, wir können nämlich nur so lange pinseln, wie unsere Farbe reichten, ne? Mal sehen, wir mal gucken hier. So, der Fenstersims und das alles muss natürlich... Auch noch gestrichen werden. So, neuen Fähigkeitspunkt haben wir auch erhalten. Ich mach jetzt erstmal noch hier oben fertig. Okay, das sieht doch eigentlich ganz gut aus hier, wo die Küche ist, ne? Ähm... Verbesserung. Du verschwendest keine Farbe beim Streichen von Wänden. Streich um 25% schneller, streiche zwei Wände gleichzeitig. Okay, ich würde sagen, erstmal keine Farbe verschwenden oder zwei Wände gleichzeitig streichen. Äh... Zwei Wände gleichzeitig streichen. So, dann würde ich sagen, da wo der Fernseher sitzt, da machen wir auch noch mal dieses... Da machen wir auch noch mal dieses Rot. So... Sehr schön. Ähm... Dann haben wir da das Rot, da das Rot und ich würde sagen, den Rest streichen wir in Grau. Da haben wir ja eine große Dose geholt, ne? Ähm... So... Das sieht doch schon ganz gut aus. Könnten theoretisch gesehen den Auftrag jetzt schon abschließen, aber ich möchte versuchen, alle Aufträge zu mindestens 90% abzuschließen. Also 100% wird nicht bei jedem Auftrag klappen, denke ich mal. Aber zumindest... Zumindest denke ich mal, dass wir 90% so als... Als Ziel legen sollten. So... Okay... Okay... Ah, Grau brauchen wir wahrscheinlich vielleicht da noch einen... Brauchen wir wahrscheinlich vielleicht da noch einen Behälter. Oder ich muss die Fähigkeit dann als nächstes auf jeden Fall... Ähm... Ausbecher... Bessern, dass wir keine Farbe mehr verschwenden. Ich glaube, das ist... Dann erstmal der nächste Punkt, den ich ähm... Verbessern werde. Warte, vielleicht schaffen wir es ja noch, dass wir hier noch einen Fähigkeitspunkt bekommen, wenn wir den Rest fertig streichen. Da, wo viele Fenster und sowas in der Wohnung sind, dort streicht es sich auf jeden Fall... Immer nicht so gut. Da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt noch ein bisschen was. So... Das sollte schon mal... Das sollte schon mal... Der streicht einfach nicht weiter, wenn er fertig ist. Alles klar. Und vorher hat er einfach immer gestrichen, gestrichen, gestrichen. Oh, sehr gut. Dann fehlt hier oben noch auf jeden Fall. So... Die Farbe ist aber jetzt... Alle. Und bei 97 Prozent... Ähm... Ich bräuchte auf jeden Fall nochmal eine ganz kleine Dose. Damit wir den Rest hier noch fertig kriegen. Also lass mich mal durch hier. Ja. Okay. Sollte 100 Prozent gewesen sein. Jetzt können wir, glaube ich, den Rest hier noch... Verkaufen. Und dann sind wir durch. 100 Prozent erledigt. Sehr gut. Jetzt zeigt es uns wieder, dass die Küche wie sie vorher aussah. Ich finde doch, durch diesen Rotton hat doch die Küche irgendwas. Ja, ist Schlafzimmer. Da haben wir nichts gemacht. Vielleicht hätte ich das Bett machen sollen. Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben diesen Auftrag auch erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Und... Ja... Sieht gut aus. Jetzt können wir sogar... Erstmal das ganze kaputte Zeug, was hier bei uns in der Bude rumliegt... Erstmal verkaufen. Also das Bett behalte ich definitiv noch. Ähm... Das ganze Werkzeug, was hier rumliegt... Das brauchen wir eigentlich nicht. Die Tür behalte ich vielleicht auch noch. Den kaputten Spiegel brauchen wir nicht. Waschbecken... Ja, das machen wir alles nochmal neu. Die Lampe gefällt mir auch nicht. Ähm... Da... Na gut. Eine größere Lampe müssten wir vielleicht... Reinpacken. Kann ich die jetzt reparieren? Ne. Kann ich nicht. Okay. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen... Moment. Mein Schreibtisch ist auch... Schmutzt. Ist ja eklig. Und irgendwas ist hier im Bad noch beschmutztes Klo. Alles klar. Und hier das Waschbecken. Oder die Dusche ist noch dreckig, hä? Ach, die Lampe. Okay. Alles klar. Also unser Haus wird so allmählich... Ähm... So allmählich wird es dann doch ein bisschen... Die Fenster kann ich aber nicht putzen hier bei uns. Das verstehe ich nicht. Mal dass hier oben den Dreck kriege ich weg. Was ist das hier unten? Hängt der hier unten irgendwo noch dran? Ja. Okay. Ähm... Dann ist unser Haus, was den Schmutz angeht... weit erst mal fertig, oder? Ist noch irgendwas draußen? Unkraut hier hinten muss noch weg. Das Grundstück... Es nimmt langsam Form an, ihr Lieben. Es nimmt langsam Form an. So, eigentlich müsste ich ganz ehrlich... die Tür verkaufen... und mir eine neue Haustür holen. Ähm... Was nehmen wir denn für eine? Ich würde auf jeden Fall eine weiße nehmen. 208 Euro hier. Sieht eigentlich jetzt... sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Guck mal. Guck mal. Oh, die habe ich glaube ich... äh... Die habe ich glaube ich... äh... verkehrt... verkehrt eingebaut. Muss so rum rein. So, sieht das doch schon viel... gemütlicher aus. Hier könnte man dann auch noch streichen. Das machen wir aber alles. Wir werden erstmal sehen, dass wir im nächsten Part... einen nächsten Auftrag machen. Wenn es euch gefallen hat... lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage... bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.